Wir sind, Freunde, die Mitte der Gesellschaft. Wir sind doch die, die jeden Tag aufstehen. 10, 12, 14 Stunden hacken. Wir halten doch den Karren am Laufen. Die Politik muss sich eigentlich jeden Tag bei uns bedanken. Das macht sie aber nicht. Stattdessen ignoriert die aktuelle Politik den Mehrheitswillen von den Leuten. Den Mehrheitswillen der Bevölkerung. Die Mehrheit will doch keine Wärmepumpe, die der Staat auf Knopfdruck bei Bedarf abschalten kann. Aus demselben Grund will die Mehrheit auch kein Elektroauto. Die Mehrheit will auch nicht gendern. Die Mehrheit will auch nicht gesagt kriegen, dass sie nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag essen dürfen. Weil wenn du am Montagmittag in der Kantine eine Currywurst gegessen hast, dann hast du deine Monatsration verfressen.